So, hier nochmal der Hinnack mit dem großen Baum, der jetzt verpflanzt wird. Hier seht ihr die Gerätschaft in Seitenansicht. Es ist wie gesagt ein Tatra-Allrad-Fahrgestell und mit dieser Schaufel wird mit einem Hub der Baum ausgenommen und auch gleich mit einem Hub wieder eingesetzt. Er wird das Fahrzeug gleich etwas vorwärts, dann links und rückwärts. Hier neben dem Bagger ist die Grube schon gebuddelt. Dort auch hineinsetzen. Ich dachte es hätte noch ein bisschen gedauert, aber wie wir sehen sind die echt flott unterwegs. So dass ich schätze mit dem Ausbuddeln und mit dem Einbuddeln ohne Nebenarbeiten ist die Sache in 10 Minuten erledigt. Mit der Abagn Die Schaufel mit dem Doppelarmkran wird per Fernsteuerung bedient. Er hat jetzt die Stützen vorne und hinten runtergefahren, sodass das Fahrgestell sicher steht. Und der Kranarm ist auf dem Chassis mit einem Schubboden befestigt und er schiebt den Kranarm mit dem Baum komplett zurück. Über dem ausgebuddelten Loch senkt er diese große halbrunde Schaufel mittig geteilt ab und lässt wahrscheinlich relativ einfach den Baum mit dem Geäst, dem Wurzelwerk und dem Sand einfach ins Loch plumpsen. Etwas gerade stellen. Und da seht ihr jetzt, wie er abgesetzt wird. Ja, es sieht so aus, als wird er nochmal hochgehoben. Und der daneben stehende Minibagger muss noch ein bisschen Ausflug drausholen. So einfach ist das. Hinack.